Musik Bei unseren Georgian Adventures entdecken wir das beliebteste Skigebiet des Landes. Der große Kaukasus ist Europas höchste Gebirgskette und hier finden wir Georgiens bekanntestes Skigebiet, Gouda Uri. Bis auf eine Höhe von 3.300 Metern gibt es Pisten, sodass die Skisaison von Ende Dezember bis Ende April dauert. Gouda Uri ist bekannt für seinen guten Schnee und die gute Infrastruktur. Es ist die beste in ganz Georgien. Gouda Uri ist das größte Skigebiet unseres Landes. Es liegt nahe der Hauptstadt Tiflis. Mit der Vielfalt der Berge hier hat es ein riesiges Potenzial. Von Tiflis aus in weniger als zwei Stunden erreichbar bietet Gouda Uri 70 Pistenkilometer unbegrenzte Möglichkeiten abseits der Pisten und eine Auswahl an extremen Abenteuern wie Heliskiing und Speedriding. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.